So, da bin ich wieder. Fallt euch was auf? Richtig. Mir ist OBS-Studie abgestürzt. Und zwar, ich habe das jetzt gerade dann so gemacht, dass bis zum Absturz ist eine Folge und ab dann geht es jetzt hier weiter. Ihr habt nämlich die böse Action verpasst, aber das glaubt ihr nicht, weil, guckt mal, wir haben einen Equus Sattel und eine Axt und eine Dings. Ich habe nämlich mit Atax hier, wie ihr seht, der ist jetzt gerade nicht mehr so ganz fit, habe ich zwei Mentisse geschwad und einen Dillo. Damit, bei mir mit Dillo habe ich geschwad, um einen, wer ist da, einen, eine Listerine zu retten. Also, ja, es ist echt zum Kotzer. Ich habe es nicht gemerkt. Gut, okay, ist jetzt nicht zu ändern. Geht es also weiter. Ihr könnt mir jetzt natürlich unterstellen, ich hätte jetzt hier gecheatet, weil ich ausgerechnet einen Equus, also einen Pferdesattel gefunden habe. Könnt ihr mir gerne unterstellen, tut euch keinen Zwang an, aber ich garantiere euch, das war alles Glück. So, aber wie gesagt, dem armen Atax geht es jetzt nicht so gut. Ich müsste jetzt nach Hause und ich habe das Problem, ich werde zu Hause wahrscheinlich erfrieren. Das ist natürlich super schlecht. Da hat man noch ein Pferd, da hat man noch ein Pferd, da hat man noch ein Pferd. Jetzt bin ich am überlegen, was ich mache. Soll ich jetzt wirklich in meinen sicheren Tod rennen? Ja, nein, finde ich eigentlich blöd. Brems! Sollte ich weiter hier auf die Jagd gehen nach Moschopsen, was wahrscheinlich die logische Variante wäre. Ja, die Strauße, die wirkliche Drohtenisen. Ja, was tue ich? Wenn hier wenigstens Drops runter kämen. Die Menge an Drops hat also dann weniger was mit den Dings zu tun, mit den Engrammen zu tun. Aber wenigstens war an diesem hier mal so ein Pferdesattel, das ist ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, da kann man dann Lasso mitbauen und ja, falls man dann irgendwann mal was zähmt und das fällt einmal ins Wasser, kann man es ziehen. Vielleicht kann man es auch anders noch ziehen. Dann in der Region, wo es nicht gefährdet ist, weil dort ein Giger rund rum rennt oder was weiß ich nicht. Sehen wir dann alles noch. Momentan macht es allerdings auch gar keinen Sinn, irgendwas zähmen zu wollen, weil ich habe nichts, wo ich mich zähmen könnte. Doch, halt mal, ich habe das Elektro-Ding. Und ich habe ein Pferd. Rein technisch gesehen könnte ich ein Schafschlachter. Davon gibt es hier nämlich anscheinend jede Menge. Ach, da oben wohne ich. Zumindest mal momentan. Und schon wieder so ein Abhang. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich erzählen wollte. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich weiß immer noch nicht, was ich mache. Rennen wir jetzt hier weiter. Ich würde euch ja gerne wieder Mörderböse Action zeigen und ich glaube, dieses Mal würde mein armer Atax dabei draufgehen. Ich habe auch zwei... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die habe ich noch nie gesehen. Sie sehen aus irgendwie wie Warane. Gibt es so was, er fragt noch? Die habe ich vorher so noch nie gesehen. Die haben sich mit einer Schildkröte gekloppt. Ich hätte vielleicht warten sollen, ob die Schildkröte die packt, aber... Ja, nee. Gut, ich habe immer noch kalt, aber ich glaube, ich erfriere nicht. Nein. Ein Drop. Lauf. Pferd. Auf. Hopp. Ja, so im Springen ist der Gaul nämlich noch schneller, glaube ich. So ein bisschen wie bei Super Mario. Ja. Als Rizzeratops gibt es hier auch wie Sand am Meer. Der Kalimi muss kein Sturm. Ach, was bist du für Arsch? Ja. Gong. Ach, das kann ich nicht holen. Ich muss wahrscheinlich Level 2 Millionen. Ein Level Aufstieg habe ich gemacht und habe mich auf... Ach je, nee. Da verbruchst du wahrscheinlich Level 60 oder noch schlimmer. Und habe mich auf Resistenz gelabelt. Ach ja. Gut. Aber da hast du mich ja bis hin gebogen. Das ist ja toll. So. Lasse gucken. Ne, Level 25. Ah, okay. So, war relativ wurscht, weil Holkommas noch trotzdem. Galoppieren wir mal locker weiter. Und überlegen uns, was wir gegen die Kälte machen. Ich könnte eine Fackel bauen, weil die habe ich ja unfreiwilligerweise gelernt. Das tue ich aber nicht, weil eben unfreiwillig. Die steht nicht auf meiner Liste, also baue ich sowas auch nicht. Wenn ich irgendwann mal einen Bauplan oder sowas dafür finde. Alter. Wie kalt ist das? Also Ragnarok gefällt mir immer besser. Ich bin zwar riesen Crystal Isles Fan, aber Ragnarok hat definitiv was. Ah, ha, 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 ha. Wie sagt denn die Temperatur? Ah, bloß Syvo. Und also okay, bei Syvograd erfriere ich nicht. Aber hier ist dann jetzt schon der Wald. Wo die Frage dann ist, ist das gute Idee, dorthin zu watscheln oder nicht? Gut, mein Pferdiline hat mittlerweile wieder Power. Und ich habe ein Level-Up. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich sitze nur auf dem Pferd. Das macht uns aber gar nichts. Wir machen dann auf Resistenz. Ich hoffe, es schreibt dann keiner in die Kommentare. Ja, du, auch mit Resistenz. Das macht mit Kälte nichts. Ich bin mal zimisiert, dass es was damit zu tun hat. Aber ich und sicher, das sind ja immer wieder so zwei Sachen. Ihr habt sie schon mitgekriegt. Manchmal bin ich mir sicher, dass die Gubel-Gubel-Viecher in Sträuße sind, obwohl sie ja eigentlich Truhtemis sind. Dann bin ich hundertprozentig sicher, dass eine Stunde 100 Minuten hat. Und ich in dem Fall dann... Was steht da rum? Rimiose. Ich dann schon elf Folgen aufgenommen habe? Hm? Ja. Ja. Also so wird zum Thema Sicherheit. Hier liegt verdammt viel... Och nein, 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 nein. 97... 97... Er friere schon wieder. Also das da ist keine gute Idee. Zurückmarschmarsch. Dabei wird es damit sicher jetzt gleich dunkel und dann ist es wahrscheinlich über allkalt. Das ist scheiße. Ey Pelangones, kannst du mich vielleicht mal schnell irgendwo hinfliegen, wo es warm ist? Ne, ich weiß, ihr könnt ja gar nichts sagen. Ihr ist total schwach. Liegt da irgendwo ein Quetzel rum? Ich bräuchte einen Trop, aber ich bin mir hundertprozentig, dass hier am Strand sonst so keinen finde, den ich mal schnell holen könnte. Aber da hinten ist ein Vulkan. Ich habe da für ein Lava gesehen. Also rein technisch müsste es dort ja warm sein. Dummerweise sind dort Mentesse oder Arthroplauras. Und sich hört noch ein anderes fieses Viech. So ein Scheiß. Trop ist immer noch da, ich bin aber immer noch kein Level 25. Da merkt man erstmal wie viel es bringt, wenn man baut. Weil normalerweise baue ich dann hier und da und dort und jenes. Und ja, ruckzuck Level 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 Level. Und ja, hier eben nicht. Eine geile Höhle. Ich hatte gehofft, jetzt ist es vielleicht irgendwie wärmer, aber... Nö. Ja, die Höhle ist schon geil. Nütztens nur leider gar nichts. Außerdem erst läuft gleich wahrscheinlich das Pferd, weil die Ausdauer alt ist. Okay, wo kriege ich Wärme her? Da ist wahrscheinlich eine Lederrüstung oder sowas drin. Dann wird mal... Ich reite jetzt einfach mal so in diese Richtung und gucke wann es warm wird. Ui, er fängt an zu zittere, das ist kein gutes Zeichen. Also Strand ist keine so tolle Idee. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir hier dann einfach so einen auf Querfeld einmachen. So, einfach mal da hoch und dann voll die Richtung. Schade, kanns ja nix. Habe ich nicht irgendwelche Beere dabei, die, wenn ich sie fresse, ich warm kriege? Äh, gelber ist ja lecker und kann herstellen. Gelber Farbe, ja. Ey! Die Bluschubses, hau ab! Ich brauche irgendwas, was warm ist. Lagerfeuert, das ist aber natürlich cool. Da ist wahrscheinlich auch keine Hülle, das ist jetzt mal so auch nix. Der gute Atax hat gekackt. Ich erinnere mich bitte jemand dran, wenn ich nochmal so ein Projekt hier starte, wird nur 7 in Gramm, dass das definitiv ein Dings dabei ist. Entweder Fackele oder Lagerfeuer. Das ist ja kacke. So, kubel, kubel. So, ich gehe mal stark davon aus, ihr werdet einen Tod von mir. Mal wieder ein. Und wenn mir nicht ganz schnell was einfällt, wo ich warm kriege. Und mir fällt grad nichts an, wo ich warm kriege. Wo ist denn mein Leuchtturm dahinten? Ja, ich weiß, dass ich verletzt bin. Trinkt mir das was, wenn ich... Nein? Nein? Ich schiebe dir das mal rüber. Ihr vielleicht? Ich habe echt nichts dabei, was mich warm hält. Aber ich weiß, wo ich schon mal gestärbt bin. Und das heißt? Das heißt es nicht, oder? Doch, das heißt es. Ach du kackendreck. Dreck. Ganz schlecht. Pferd, wir müssen hier weg. Ich habe nämlich meinen Freund Giga wieder gefunden. Hier ist gleich zappen Dusch da. Ganz übel. Ganz, ganz übel. So. Hier ist aber eine Ruine. Oh, da hinten ist das alles. Tipptopp, so muss das sein. Genau so mag ich das. Ich würde sagen, wir probieren es hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Rein technisch gesehen müsste ich da oben irgendwo mal Pferd stehen. Ja, okay. Da steht doch irgendwo Giga rum. Also so ist es jetzt nicht. Aber, wen juckt es? Da läuft eine Dille rum. Juckt mich auch nicht. Sobald ich mein Pferd habe, glaube ich den weg. Wo ist jetzt die Ruine? Müsste ich hier nicht irgendwo meinen Todespunkt haben? Ich bin erschöpft. Ich bin nicht erschöpft. Ich habe kalt. Das ist wirklich scheiße. Da leuchtet es doch. Der Tod leuchtet mit dem Weg. Lyriker werden sollen. Und da steht mein Pferd. Das ist angeleuchtet vom Tod. Von der Seele, die aufsteigt. Ich habe viel Seele anscheinend. Das ist natürlich auch möglich. Komm, kleiner Lauch. Du packst das. Du hast schon nichts mehr dabei, oder? Doch. Jede Menge. Du weg. Du her. Und die hochklopfen. So. Fährt. Lass uns gucken, dass wir irgendwie Richtung Süden wandern. Ich bin schon fast wieder topfit. Ich habe schon fast wieder Hunger. Und ich habe noch gut. Ich bin schon fast wieder tot. Das ist doch zum Kotzen. Mauer. Sager. Pferd. Wir gehen jetzt nach unten, wo ich gespawnt bin. Spawne dort nachher noch immer. Damit ich mich noch auf die Schwinge muss und Gas gehen kann. Und du versuchst dich in der Zwischzeit nicht vom Gigafrost zu lassen, wenn es geht. Ich habe nämlich schon gesehen, das geht ruhig, die zugeht ja mit den Gigas. Die mal einmal habsen, dann bist du weg. So. Gut. Bleiben wir gerade hier stehen und warten den Tod ab. Zack, 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 zack. 1 Grad, 6 Grad, Unterwasser. Hä? Wieso war es da oben jetzt 6 Grad? Habe ich was verpasst? Ne, ich hoffe trotzdem. Voll alles zum Kotze. Schon wieder abgestimmt. Bis zum Kotze. Bis zum Kotze.